Weißt du, die Leute denken immer, der Bohlen hat Millionchen auf dem Konto und ist trotzdem geizig. Nö, ich lasse mich nur nicht verarschen. Deshalb gehe ich dahin, wo es die beste Auswahl und eine ehrliche Beratung gibt. Mega einfach, einfach mega. Freenet. Mobilfunk, Internet und TV-Entertainment. Online und über 1000 Mal in deiner Nähe.